Die Fußgängerbrücke ist mittlerweile in Betrieb. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr die Rampe zur Klettpassage, sondern man läuft über diesen Holzsteg und dann überquert man noch die Kreuzung mit Rückampel und kommt an der anderen Seite mit Treppe runter zur Klettpassage. Auf dem Mittelstreifen hier sind einige Maschinen positioniert und wir sehen auch die entsprechende Armierung. Die gesetzt werden, damit die Baugrube ausgerufen werden kann. Das Technikgebäude schauen wir uns gleich an. Vorher noch einen Blick auf den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Hier sind die Bauzäune verschwunden, weil, wie gestern berichtet, sind ja die schadhaften Stellen ausgewissert worden. Und jetzt ist die Fläche wieder frei zugänglich. Die Fläche des Gäste 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 Wie ist es denn vermutet? Jetzt wird bald die Wand betoniert und heute ist es soweit und dann sind ja noch die zwei Seitenwände übrig und dann kann es an die Deckenplatte gehen. Die ersten Vorbereitungen für die Deckenplatte sind getroffen, das heißt an der Ecke hier drüben sind schon Verschalungen eingelegt. Sollte 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 Geräusche Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen, ciao!